Jey, und auch bei mir herzlich willkommen zu einem neuen Part Puppen und Perl, wo ich 100% mein normal ist. Puppen und Perl. So, Puppen und hast du noch zur Verfügung? EIN! Ich hab drei. Was hast du denn mit dem Temp? Du hast recht. Ich will nicht meine Uhrzeit anzeigen. Nimm mal den Schrittzähler. Bälle muss ich kaufen. Ich weiß nicht. Er hält ein Eisbrochen. Gott. Nein, ich kann mir keine 10 Punkte geben. Kann ich irgendwas verkaufen? Achso, bei längerem war ich von Nagelstrom. Naja. Ich kann nicht mal was verkaufen. Wie viel willst du für die Bera haben? 10. Da oben hast du schon was Geld. Da hinten hat mich schon was. Ja, gut. Dann mach ich die Trainer dort. Ich brauch ein paar... ...die heißt so schön. Ich brauch ein bisschen Geld. Ich muss mal erstmal ein paar Leute verbrüllen. Ach so eigentlich... Entschuldigung. Ne, ich bin noch nicht in der Höhle. Ich hab Angst vor dem Rivalenkampf. Die Höhle geht auch noch. Vielleicht kann man ja auch noch was machen. Stimmt. Da muss man auch nicht hin. ... 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